Herr im Himmel, verzeih mir meine Klagen und meine schlechte Gedanke. Schenk der Helene Geduld und Einsicht. Männer bitte die Umayah, dass du sie auf ihrem Weg begleitest und ihr den rechten Weg zeigst. Amen. Du musst einfach mal kapieren, dass es Menschen gibt, die nicht an Gott glauben. Wie zum Beispiel. Ja, und es tut mir leid. Dieser ewige Stress mit deiner Schwester, das ist auf Dauer... Das ist jetzt vorbei. Vorbei? Ja, ich habe nichts mehr zum Schaffen mit der Birgit. Maja! Jetzt gibt's hier halt Kuh. Jetzt gibt's schon das! Die Klügere gibt nach. So was soll der... Theo! Ach, der Unfall. Das hast du mir gestern verzählt. Deswegen bin ich im Krankenhaus. Genau. Genau. Ich glaube nicht, dass meine Erinnerung zurückkommt, Marta. Das ist schade. Er hat nur so viele Fragen gekannt. War jetzt die schon mal in Asien? Neu, wieso? Die schon. Wie war das da so? Kann ich an. Ja? Ja? Ich glaube nicht, dass meine Erinnerung sind... Ich bin aus, dass die Söge und Erinnerung sind. Ich bin aus, dass meine Erinnerung sind. Ich bin aus, dass meine Erinnerung sich verstanden. Vielen Dank.